ARD Text im Auftrag von Funk Na klar Du fährst aber auch so riskant Ich? Quatsch Ich hab mir grad die Räder angeditscht Dafür hab ich aber auch schon Hedis abgehängt mit dem Ding Ja, ist halt schwer mit einem Orca mit Radar, ne? Ja, das stimmt. Aber die haben alle einen Radar, das ist scheißegal, ob es ein Orca oder ein Humming ist Ja, aber eine Orca ist schnell Und hat ein Radar Dafür sei nicht verwendig Ein Hummingbird ist aber auch eigentlich dann schneller als ein Fahrzeug Also ist eigentlich egal was für ein Heli das ist F***ing Bohemia hat ja die Sportlimo gepatcht F***ing Bohemia hat ja die Sportlimo gepatcht F***ig F***ig Ja, das war wohl müsste sitzen Alle bei mir im Auto Ach, ihr seid noch so weit weg, okay Mh Mh Ach, die ganzen Knöpfe Oh mein Gott Oh mein Gott Alles vollgekost So, wir sind wieder unterwegs, lieber Floxer Mh Machst du denn bitte mit dem armen Kerl? Ich will es nicht wissen Der Fahrt da unten im Kreis, ich koste mich so an Ach naja Ich will doch auch nochmal im Kreis fahren Du bist noch nie mit mir im Hunter gefahren, glaub mal Mh Ich fall ja mit dir mit, bleib stehen Nee, 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 nee Komm Floxer Das war aber nicht ich Ja, das war Floxer Und das hat auch das Headset So, ich höre ich wieder Komm Das gleiche Headset wie ich Ist Akku leer gewesen? Oh, Mond fällt es hier ja Ja und? Noch kein Mond dabei? Darf ich die Polizei rufen, dass wir gleich eine Tankselle ausrauben? Nein Mond ist hier nicht egal Aua Achtung, da ist ein Stein Das sind ganz viele Steine Also, bald bin ich tot Ich auch Wir sind auch richtig beschissen teilweise platziert, so direkt im Busch drin oder so Das ist richtig kacke Aber ganz im Ernst, die Rebellen, was die sich einbilden, die haben auf uns geschossen, die blöden Pisser Ja Na, die wollten unseren schönen Ifrit nehmen Was hätten nämlich die Ifris dann gemacht, die haben ja selber genug Die versinken die einfach Die versinken die einfach Das dürfen sie ja gar nicht Doch, dürfen sie Wirklich? Ja Abgesehen davon ist es sowieso scheißig, Alter Nach dem Surveys, dass eh alles da ist Hm Naja, zu 99% Bei mir war schon mal, dass es nicht wiedergekommen ist Hm Ich find's trotzdem nicht richtig Hm Ja, zu stoppen ist schon richtig Ich meine, das ist halt ein Widerstandsfahrzeug Das ist genauso, als würden Cops einfach die Zivis mit Kopffahrzeugen rumfahren lassen Dass die, äh, Rebellen Da ist schon wieder der Levy Ja, das ist die Rebellen Das ist schon wieder der Levy In der Luft Ja, das ist schon wieder der Levy Wer soll der Polizier sein, wahrscheinlich Nee, ist nicht Oh Packfalscher Knopf Das war das, das war massiv, auch das sind so Rauchgranaten, what the fuck Ja, Rauchgranaten, da auch Wer dich geworfen Ja, wir sind so Nein Dein Ifrit Das ist noch für Levy Hab das ja auch grad Alter, was ist denn hier los? Warte mal, warte mal, warte mal. Überfall mit Schießerei. Warte mal, warte mal, warte mal. Da ist einer noch drin. Was zur Hölle, was ist hier los? Alter, ich brauche Heal. Die ist gerade ausgeraubt worden. Ja, da wurde er ausgeraubt. Lol. Ja, hinter der Tankstiliste. Ja, hinter der Tankstiliste. Warte mal, lass mich mal aussteigen, ganz kurz bitte. Ja, mach mal. Und da hinten ist er rechts von uns. Phlox, ja rechts von dir im Gebüsch sitzt er. Ähm, ich habe ein großes Problem. Ich glaube, ich muss mein Spiel neu starten. Nein, ich muss nicht. Auf 220 Grad. Ja, ich kann nicht spielen. Genau, geradeaus, geradeaus, siehst du ihn. Ah, kommt noch, Polizeiwagen, Polizeiwagen, Polizeiwagen. Wo denn? Ja, direkt bei der Tankstelle? Ja, ich kann nichts machen, ne? Ich sehe nichts. Dann... Dann lass mich fahren. Hä, ich sehe doch was. Das ist, wenn ich zu viele Stunden gespielt habe, dann... ...freeze das Game die ganze Zeit. Also, ich habe wieder Standbild. Ich will keinen Stress. Ich will keinen Stress. Will ich auch steigen? Ja, steckt mal einer aus. Und redet mit dem. Also, wenn ich es nicht leihe, die euch die Waffe gebe, dann ist auch die Waffe weg. Ja, dann... Weil man spielt gleich abgestürzt. Ja, warte... Ich kann das Auto packen, weil ich nichts mehr machen kann. Ja, ich... ich fahre hin, ich... Ich nehme die... Hier liegt auch eine Waffe übrigens auf dem Boden. Ja, jetzt... Ich glaube, ich bleib nicht mehr in der Lage. Ich kann ja nicht aufsteigen. Ja, warte doch mal! Ja, das ist die Waffe, die ist... Sorry. Mach du jetzt. Dann gib mal deine Waffe her. Ich wollte nicht, ich wollte nicht. Passt bitte ein bisschen auf, ein bisschen absichern. Es ist gar nicht so einfach, die Waffe rauszugeben, wenn man... ...null FPS hat. Hast du das Medikid im Rucksack, oder? Ja, die Munition liegt auf dem Boden, die müsst ihr auch mitnehmen. Ich muss das Medikid mal kurz ausleihen. Das fahrt haltbar schnell. Ich kann auch nicht 10.000 Sachen machen. Da muss ich mich bei einer Tera abholen, oder so. Ja. So, hier sind aber keine Leichen mehr bei mir. So, ich muss kurz abtäten. Alter, wie viele Magazine hast du? Sammelt mal dein Zeug ein und buche aus wie ein Ifrit zu backen. Ich will ja hoch. Der ist so toll. Lass mich rein. Alter, du hast 18 Magazine dabei, what the fuck. Ich fahr nochmal kurz zu dem Typen. Wer hat jetzt das Medikid? Ich muss gar nicht... Warte, ich fahr mit. Rocktox hat das Medikid. Aber ich kann ihn nicht heilen irgendwie. Nee, du musst ihm das Medikid geben, du bist kein Cop. Du musst ihm die Waffe holztern, dann geht das. Nee, du kannst es auch so nicht geben. Ja, aber ich kann jetzt die Waffe nicht holztern, weil ich... Nur meine Waffe da habe. Dann geh doch bitte einfach... So, du gehst jetzt bitte an seinen Rucksack. So, ich hab's dann schon am Boden gelegt. Vielleicht krieg's dann bitte wieder. Wo ist denn der Typ hin? Ja, klar. Der ist abgehangen. Der ist nach hinten. Ja, hier ist geradeaus, geradeaus, geradeaus. Ach, das ist nervtler. Ich müsste neu starten. Was machen wir mit dem jetzt? Äh, geht nicht. Ja, gut, dann legst du mir wieder den Boden. Steig mal aus und sag ihm mal, er soll die Waffe runternehmen. Schön, die Waffe runter. Einfach die Waffe runterlegen. Ja, nice. Das war random. Das war random. Was hat er nicht geschossen? Also, RDM-Ringsbums, wie das heißt. Das war nicht... Darf ich schießen? Ja, schießen. Ja, schießen. Ach, komm, da kommen wir, da können wir sie drauf. Ach, ich treff nicht. Ja, dann bewegt euch doch bitte mal mit eurem Arsch hierher. Ich kann nicht aussteigen hier. Komm, wieder da. Also, ich glaub, ich geh auf, wenn er keine Lust mehr. Da hab ich einmal ne Waffe. Ich seh ihn glaub nicht. Bullen, 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 bullen. Ich fahr ab und zu. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ich bleib stehen. Die Bullen machen einfach gar nichts. Oh fuck. Du, ich schau mal vielleicht irgendwann wieder in dem TSC vorbei. Bin wieder da. Bin wieder da. In der Online-Seite. Ich kann nicht ja mit euch. Gemeinsam wieder Spaß haben. Sind die Bullen einfach weitergefahren? Ja, sie sind einfach weitergefahren. Ja, sie sind einfach weitergefahren. Ich denke wahrscheinlich wir sind richtige Rebellen und suchen den Typen hier. Bleib mal still, Flokse. Ja, Moment. Ja, nicht überholen. Ich wollte hinter ihm aussteigen und hätte ihn in den Rücken geschossen. So sieht er mich hier. Jetzt schaut er genau in meine Richtung, wenn ich aussteige. Du steigst von links aus, oder? Nee. Achso, fuck. Ja, er soll sich wieder umdrehen. Er soll sich wieder umdrehen. Ja. So kann ich ihn nicht abknüren, wenn er in meine Richtung schaut. Wo ist er denn jetzt? Da. Ja, links mit dir. Er müsste in Bewegung bleiben. Das ist dein Ernst. Ja. Fahr wir ihn halt auf oben? Ja, er schaut ja genau in unsere Richtung. Hm. Jetzt nicht. Komm, steck er aus. Ich hab die Polizei aber schon geschrieben, dass sie, ah, dass, dass sie ein gesuchter Mörder ist und, ähm. Wir haben mich getroffen. Ja, dann geh doch wieder rein. Durch, ja. Aber ich hab ihn, ich hab ihn sicher auch getroffen. Naja, ist egal. Nicht, ich abknallen. Nicht abknallen. Du kannst ja nicht mit dem Ifrit da warten. Doch. Ich übergebe den, dann hauen wir ab. Das, äh, wird's da nicht faszinierend. Nein, das ist Numaron. Das macht er. Ich glaube, ich hab ihn mit dem Fuß getroffen. Ich bin wieder auf dem Server. Ja, er läuft jetzt auf dem Auto. Bist du doof oder was? Ja, der will wahrscheinlich. er will sie nicht mehr fahren können kann knicken alter das wäre auf dem boden hat sowieso keine chance ob man zweiter kommt und zweiter lehnen achtung ich habe einfach videobeweis wenn er jetzt gestorben wäre das sein problem gewesen da ist bei der mauer ist noch ein zweiter bewaffneter zivilist freundchen waffe runter ich komme durch zu ich komme in der stw zu ja ja wie sie benachrichtigt haben unsere weste ist weiß wer fährt denn hier wem rein ich fahre die ganze zeit im kreis um die rum wieder waffen runter denken auch nur die dass die abhauen jetzt fahlen sie sich auf als ob das helfen wird müssen sich gerade übelst getrollt fühlen ja da wird auf uns schießen der roten schwarz hallo kann nix haben warte ich reconnecte kurz ich bleibe an dem einen hier dran ja wir bleiben bei der mit den roten shorts und blin bei dem anderen mit den tanklamotten ja rote schwarz der andere glaube ich einen fliegeranzug oder ADAC anzug woher Bis zum nächsten Mal.